Hallo und herzliche Grüße liebe Zuschauer zum heutigen JFD Live Trading TV am Freitagmorgen dem 20. März, dem Frühlingsanfang an dieser Stelle und der gegenwärtigen Sonnenfinsterniserscheinung, die sich hier aber nicht über die Märkte legt. Der DAX hingegen weiter positiv im Aufwind und wir wollen mal sehen, was sich da heute noch tut im Sinne des Verfalls. Wir hatten ja heute 1300 wieder den Verfallstag, Ende des Monats und der März hier immer wieder auch bekannt als möglicher Trendwende, als möglicher Trendwendemonat. Sprich, wenn wir heute im Minus rausgehen würden, könnte der DAX hier möglicherweise im April eine Korrektur erfahren. So die Mutmaßungen aus diversen Analystenkreisen. Grundsätzlich will ich mich dem eigentlich nicht anschließen. Dennoch sind wir hier kurzfristig in einem Abwärtstrend auf Intraday-Basis ganz klar gefangen. Doch schauen wir uns erstmal hier an, was sich der Tag so grundsätzlich statistisch vorstellt. Hier mit 41 Prozent negativer Schlusspreise der einzigste Tag, der hier klar negativ ausschlägt. Der Freitag also während der letzten 52 Handelswochen sichtlich schwach. Ein schwacher Handelstag. Dennoch muss es natürlich nicht heißen, dass dies hier auch heute so kommt. Die Statistik war hier schon mal unter 30 Prozent unterwegs. Der DAX hat sich also hierbei definitiv auch ein Stück weit wieder nach oben gearbeitet und das ist insofern auch okay. Denn übergeordnet haben wir, und da sehen wir hier auf Tagesschart-Basis, den großen Aufwärtstrend. Sorry, Abwärtstrend haben wir mitnichten. Vielmehr haben wir hier den großen Aufwärtstrend. Und wir schlängeln uns hier oberhalb dieser einzelnen Deckelnden jetzt als Unterstützungslinie wirkende Trendlinie entlang. Wir sehen, dass der DAX hier immer wieder mit Bravour von diesem Level nach oben kommt. Auch gestern mit dieser Doji-Kerze dennoch kein Beinbruch. Sieht insofern ganz gut aus. Den blauen Tendenzpfeil, den müsste man jetzt hier durchaus noch ein Stück weit rausziehen. Tatsache ist, so langsam wird es Zeit, wenn die Bullen jetzt wirklich wieder Fahrt aufnehmen wollten, dass es eben hier auch Impulse gibt. Im Sinne des Verfalls kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir heute noch mal einen schwachen Tag machen. Wenn das passiert, dann wäre hier unterhalb oder hier der Bereich von 11.800 Punkten eine schöne Supportzone. 11.770 Punkten hier der Wochenpivotpunkt. Also hier ein sehr, sehr gutes Auffangbecken. Die Aufwärtstrendlinie selbst liegt ein Stück weit tiefer. Das wäre dann hier im Bereich 11.750 Punkten. Also rein technisch wäre hier sogar Luft bis rund 11.710 Punkten im Falle einer größeren Korrektur. Ansonsten, wenn der DAX sich raushebt, natürlich hier das Level von 12.100, schrägschicht 12.200 Punkten dann das nächste Ziel auf der Oberseite. Schauen wir uns aber mal das Intraday-Geschehen an. Wir hatten gestern hier gemutmaßt, dass es direkt weiter hochgehen könnte. Das geschah nicht. Wir werden den Pfeil mal etwas relativieren. Vielmehr orientierte sich der DAX hier im Alternativplan seitwärts, abwärts. Und wir sind jetzt hier innerhalb dieses Abwärtstrendkanals, den wir eben auch gestern hier mit dieser Nachmittagskerze erneut bestätigten, in einem klaren Abwärtslauf. Und wir haben jetzt hier oben deutlich zu sehen, diese Widerstandslinie, die wir auch gestern schon im Chart haben oder hatten vielmehr klar identifizieren können. Dieses Level, auch heute wieder Resistant Level 1, ist hier definitiv sehr, sehr signifikant. Also unterhalb von 11.994 Punkten bleibt der DAX hier zunächst im Widerstandsmodus gefangen. Schrägstrich dürfte dann auch innerhalb dieses Abwärtstrendkanals durchaus Tendenzen Richtung Süßen aufweisen. Und solange wir eben nicht darunter, darüber ansteigen, ist das Risiko gegeben, dass wir hier durchaus nochmal Rücksetzer machen könnten, die sich dann auch im Sinne der Saisonalität so darstellen würden, könnten, dürften, wie auch immer. Letztlich hier einige Haltezonen, dass es hier direkt bis 11.750, 11.710, wie gerade am Tagesschart gesehen, runtergeht, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Aber wir haben ja auch heute schon gesehen, in der Kristallkugel des Morgens, dass es sogar hier rein, ja, esoterisch kann man fast nicht sagen, aber dass es hier rein nach Fuzi-Vektorlogik heute wirklich nicht gut aussieht. Im Sinne dessen, dass es nicht nur heute kracht, sondern dann auch hier insbesondere am, also nicht nur heute am Vormittagshandel, sondern insbesondere im Laufe des weiteren Handelstages hier deutlich krachen dürfte. Und das sieht hier wirklich stark danach aus, dass es eine Korrektur am Nachmittag geben dürfte. Doch Obacht, die Fuzi-Logik ist natürlich hier kein heiliger Kral und sagt auch nicht, dass es definitiv so kommen kann. Es gibt auch Tendenzen, dass die Fuzi-Logik hier in dem Fall eben nach unten weist und der DAX hier stringent nach oben weiter anzieht. Die Möglichkeit ist gegeben, aber wir haben eben einen statistisch schwachen Wochentag, wir haben den Verfallstag vor uns und wir haben hier auch die Intraday-Fuzi-Logik, die eine fallende Tendenz aufweist. Insofern gebe ich mir mal hier den Ruck und zeichne unterhalb von 11.994 Punkten eine fallende Tendenz in den Markt ein, die eben hier diesen Abwärtstrendkanal durchaus bestätigen könnte, um dann allerdings hier früher oder später so die Annahme, hier sicherlich einen größeren Aufwärtsimpuls starten zu können. Dazu müssen wir aber signifikant hier über diese Widerstandslevel rausziehen. Wenn das nicht gelingt, dann bleibt es natürlich dabei, dann ist der Markt hier in einem Konsolidierungsmodus gefangen. Das kann natürlich dann auch hier zu einer stärkeren Abwärtsbewegung führen, wenn der Markt hier nicht signifikant nach oben rauszieht. Aber definitiv aktuell noch im Konsolidierungsmodus. 11.994 Punkten als Widerstand. Wenn wir darunter bleiben, dann sind weitere Verluste während des heutigen Handelstages durchaus möglich. Ansonsten beim Verfall kann es auch wild hin und her gehen. Faktisch wäre natürlich hier diese obere Trendlinie, die sich hier herleiten lässt, seit dem letzten Höchststand hier eben das Niveau um 12.080 Punkte. Das wäre hier dann ein Tagesziel, wenn wir uns hier nach oben rausarbeiten. Also gute 100 Punkte könnte es nach oben gehen und selbst dann hätten wir noch nicht diesen Abwärtstrend, diesen kurzfristigen gebrochen. Das heißt also auch von diesem Level könnte es theoretisch dann hier nochmal einen Impuls nach unten geben. Wenn wir denn hier nach oben rausgehen, dann praktisch auch dieses Szenario nochmals denkbar für die heutigen Handelsgeschehen ist. Klar bärisch wäre, und das haben wir auch im Tageschart gesehen, wenn wir hier das Level von 11.700 unterschreiten. Oberhalb dessen ist der Bias für den DAX, ob das nun heute runter geht oder nicht. Grundsätzlich war da positiv zu sehen. Nach oben raus, wie gesagt, hier über 11.094 Punkten, gerade auf 15 Minuten, Stundenbasis, weiteres Potenzial. Und wenn es dann hier rausgeht, dann haben wir sicherlich auch hier den Knoten geknackt und weitere Höchststände dürften hier erwartet werden. Also der Bias bleibt bullisch. Ich will mich hier nicht gegen so einen starken Trend stellen und hier den großen Bären ausrufen. Kurzfristig aber scheinen hier die Risiken auf der Südseite gegeben. Warten, wir haben was passiert. Gegebenenfalls schalten wir uns am Nachmittag nochmal auf den DAX, auf jeden Fall auf die amerikanischen Märkte. Und in dem Zusammenhang, da es auch keine Wunschaktienanfrage gab, no problem, widmen wir uns jetzt weiter dem Marktgeschehen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wenn Sie mögen, bis später, Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei!